Hallo, ich bin Martin von songwriter-online.com und in diesem Teil meiner Logic-Tutorial-Serie möchte ich dir ein paar Tipps zur Arbeit mit Automation in Logic geben. Wir hören kurz in das Beispiel rein und dann geht's gleich los. Okay, ich habe hier ein Mini-Projekt angelegt und mal angenommen, ich möchte jetzt hier meinen Synthesizer hier mit Automation bearbeiten oder möchte hier eine Automation einzeichnen. Und dann wäre der übliche Weg hier zunächst mal auf Automation zu gehen und jetzt habe ich hier mal, das ist ein Preset von dem ES2 und jetzt könnte ich hier nach den Parametern hier suchen von dem ES2, die ich einzeichnen möchte, aber das ist immer relativ umständlich und deswegen ist es viel einfacher. Du gehst erstmal in einen Automationsmodus hier, um Automation einzuzeichnen und ich gehe mal in den Touch-Modus und drehe jetzt an irgendeinem Regler hier rum, während ich laufen darf. Und jetzt hat er mir den ganz einfach identifiziert und ich weiß, es ist der MMF Cut-Off. Okay, so kannst du also wesentlich schneller herausfinden, welcher Regler hier wo ist und kannst den direkt auch hier assignen sozusagen. Wir gehen schnell wieder in den Read-Modus und möchten jetzt noch was anderes probieren und dazu möchte ich die ganzen Automationsdaten, die ich jetzt eingezeichnet habe, wieder löschen. Und da komme ich auch schon zum zweiten Tipp. Wenn du jetzt alles löschen möchtest und musst hier umständlich alles markieren, das ist nicht so gut und da gibt es einen viel einfacheren Weg und zwar, indem du die Alt-Taste gedrückt hältst und dann in eine leere Region, in einen leeren Teil dieser Region hier doppelt klickst. Dann hast du alles markiert, alle Pivot-Punkte hier und kannst sie dann wieder mit der Löschen-Taste löschen. Okay, ich möchte jetzt aber nochmal eine andere Automation einzeichnen. Ich gehe hier wieder in die Automationsansicht, dass du siehst, was passiert und ich zeichne einfach nochmal einen anderen Parameter jetzt ein. Ich gehe wieder in meinen Touch-Modus hier, rück einfach auf Play und kann jetzt hier die Automation direkt einzeichnen. Probieren wir das mal. Gut, er hat mir jetzt diese Automation hier eingezeichnet mit dem Cut-Off hier und jetzt siehst du, dass das sehr, sehr viele Punkte sind, Automationspunkte sind, die man nachbearbeiten kann. Und das kann erstens mal für die Übersicht ein bisschen chaotisch sein und zweitens mal, wenn du was nachbearbeiten möchtest, kann es auch relativ chaotisch sein. Und deswegen gibt es einen recht schnellen Weg, um diese Punkte hier zu löschen. Der langsame Weg wäre, indem du jetzt so einen Punkt hier doppelt klickst, dann wird er gelöscht. Aber sagen wir mal, bei 178 Punkten wirst du eine ganze Weile brauchen und es gibt eine einfachere Möglichkeit. Und das ist, indem du einfach das Radiergummi-Werkzeug hier auswählst und von dem Punkt hier anfängst zu ziehen, bis zu dem, zu dem du möchtest. Halt, bis zu dem. Jetzt kann ich wieder zu dem ziehen. Dann zum nächsten Punkt hier ziehen. Und dann sieht die Sache relativ, ich mache es jetzt nicht wirklich ordentlich, dann sieht die Sache relativ, ups, relativ zügig hier schon wesentlich ordentlicher aus. Und wir haben hier eine viel bessere Übersicht. Nur reinzoomen. So, hier noch ein bisschen. Dann sieht die Sache schon wesentlich ordentlicher aus. Und wir haben das hier übersichtlicher gehalten. Und ich mag das eigentlich immer lieber so. So kannst du also deine Automation sozusagen etwas feintunen noch genauer. Okay, ich muss ja noch mal ganz kurz in den Read-Modus gehen. Ganz kurzer Zusatztipp noch. Ich habe das in einem anderen Tutorial dieser Serie auch schon erwähnt zum Thema Automation und wie du die schnell einzeichnen kannst. Mache ich mal an dieser Spur. Wenn wir hier in der Automationsansicht sind und ich möchte schnell was einzeichnen. und möchte hier aber nicht ewig viele Punkte hier einmalen. Dann gibt es einen wesentlich einfacheren Weg über das Marquee-Tool. Den zeige ich dir noch kurz. Und zwar, wenn du hier einfach dann dein Marquee-Werkzeug auswählst. Das habe ich mir hier auf das Command-Click-Tool gelegt. Und ich zeichne hier diesen Bereich ein. Dann kann ich hier einfach nach unten ziehen. Und schon hat er mir die Automation eingezeichnet. Die kann ich später dann auch noch ein bisschen feiner nachbearbeiten, wie ich möchte. Okay, das nur noch als kleiner Zusatztipp. Also Marquee-Tool benutzen und wesentlich schneller Automationen einzeichnen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die nicht ganz unwichtig ist. Und das ist der Unterschied zwischen regionsbasierter und spurbasierter Automation. Und du siehst, dass ich jetzt hier die ganze Zeit in regionsbasierter Automation gearbeitet habe. Und hier unten, die beiden Tracks sind noch in spurbasierter Automation. Und du siehst, ich habe hier meine Automation eingezeichnet in der Region. Und ich könnte jetzt das hier auch weiter kopieren. Wäre also völlig unproblematisch. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Und dafür ist die regionsbasierte Automation auch ganz gut. Mit regionsbasierter und spurbasierter Automation kannst du im Prinzip das Gleiche machen. Meinem Verständnis nach dient es eher, zumindest im Bereich der MIDI-Bearbeitung, eher der besseren Übersicht. Ich würde regionsbasierte MIDI-Automation dazu benutzen, um Sachen zu, um Automationen einzuzeichnen, die du auf Regionen einzeichnen willst und Spuren eher für globale Befehle. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier regionsbasierte Automationen und ich habe jetzt hier eine Region. Und die kommt hier hinten nochmal vor. Ja, also hier zum Beispiel. Lassen wir mal die weg. Dann kann ich hier das relativ einfach rüber kopieren. Er kopiert mir die Automation mit. Und jetzt habe ich hier diese Cut-off-Filter-Automation hier hinten nochmal. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann auf die spurbasierte Automation gehen, nämlich einfach hier draufklicken. Und dann scheint die andere Automation, also die regionsbasierte Automation, einfach weg zu sein. Aber wenn ich wieder klick, ist sie da. Jetzt bin ich in meiner spurbasierten Automation. Und jetzt kann ich hier eher, oder so mache ich es zumindest, immer globalere Automationsbefehle einzeichnen, wie zum Beispiel ein Volume-Fade-In von der Gesamtspur. Ja, zum Beispiel hier. Und hier möchte ich sie ausfaden. Das mache ich gern über die spurbasierte Automation. Oder Panning-Geschichten, also nach links und rechts Sachen zu pannen. Weil das eher so globalere Dinge sind, die meistens über den ganzen Song hin passieren. Und so hast du einfach eine bessere Übersicht über deine ganzen Automationsbewegungen. Gut, das war's schon für heute. Übrigens, viele weitere Tipps zur Arbeit mit Logic findest du in meiner Logic-Workflow-Checkliste. Die kannst du dir runterladen, indem du jetzt unten auf den Link in der Beschreibung klickst. Und wenn dir das gefallen hat und dir ein bisschen weitergeholfen hat, einen besseren Überblick verschafft hat zum Thema Automation in Logic, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder über einen netten Kommentar. Und wir sehen uns morgen schon wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!